Hallo, ich zeige euch heute, wie man mit GAME ein Banner oder an LEAP ein Logo erstellen kann. Also wir beginnen mit einem neuen Projekt hier. Die Beide haben wir einfach hier genommen, also 1008 nehmen wir und die Höhe 560 nehmen wir. Und dann setzen wir einfach auf G. Und dann auf unsere leere Seite schreiben wir einfach unser Banner an Banner. Zum Beispiel schreiben wir hier. Und dann zeige ich euch zum Beispiel, wir schreiben mit G. Und dann können Sie einfach die Schriftgröße hier weniger machen und damit man besser auch lesen kann. Und die Farbe können Sie einfach hier ändern. Also Sie können eine andere Farbe so aussuchen. Zum Beispiel diese Farbe können Sie einfach aussuchen. Und Sie können auch zum Beispiel Ihr Text mit dem Werkzeug hier einfach zentrieren oder genauso positionieren, wie Sie wollen. Und Sie haben auch die Möglichkeit mit dem Werkzeug hier einfach den Text nochmal zu skalieren, wie Sie wollen. Und wenn Sie damit fertig sind, dann können Sie auch einfach die nächste andere Sache bearbeiten. Also Sie sehen schon. Und wenn Sie fertig sind, dann klicken Sie einfach auf OK. Und dann können Sie einfach auch loslegen. Also wir gehen auf unsere Ebene, Textebene, dann markieren Sie einfach unser Text und Sie können einfach loslegen. Entweder fühlen Sie einfach Ihr Text mit einer Farbe, normaler Farbe oder Sie holen einfach ein Muster hier raus und dann machen Sie einfach weiter. Ich zeige euch, man kann entweder ein Muster hier, also erstmal Muster markieren und dann ein Muster hier holen. Zum Beispiel, wir suchen uns ein Muster, zum Beispiel diese Muster hier. Dann fühlen Sie einfach Ihr Muster aus und dann, wenn Sie fertig sind, dann können Sie zum Beispiel mit dem Schatten noch mal arbeiten. Und dann können Sie zum Beispiel die Rände auch abschrecken. Und wenn Sie fertig sind, dann können Sie zum Beispiel mit dem Nächsten, also das ist schon ein Banner. Und wenn Sie fertig sind, dann gehen Sie auch das war nichts. Und dann fügen Sie eine neue Ebene, eine neue, nicht sichtbare Ebene einfach hier an. Und dann können Sie einfach loslegen mit dem Nächsten. Und dann schreiben Sie einfach noch wieder ein Text hier. Zum Beispiel schreiben Sie wieder zum Beispiel, ich liebe Autos. Zum Beispiel haben Sie geschrieben. Und dann können Sie zum Beispiel auch hier die Schriftgröße einfach ändern, wie Sie wollen. Und Sie können auch hier die Ausrichtung ändern. Also momentan habe ich einfach auf den Check gemacht. Und Sie haben auch die Möglichkeit, mit dem Werkzeug hierzu zentrieren, wie Sie schon wissen, also richtig zu positionieren, wo Sie das haben wollen. Und Sie haben auch die Möglichkeit hier, Ihr Text einfach so zu skalieren, wie ich euch auch beigepacht habe. Und die Schriftart habe ich auch schon gezeigt, wie man, wo man damit, wie man damit umgehen kann. Und Sie haben auch die Möglichkeit, den Text noch mal zu bearbeiten. Und Sie fügen auch zum Beispiel noch hier, ups, entschuldigung, abbrechen. Also diese Ebene aus nicht sichtbare. Also diese Ebene ist transparent. Und Sie können zum Beispiel ein Bild zum Beispiel holen. Zum Beispiel Picture. Wir holen zum Beispiel ein Bild aus unserem Ordner. Und dann fügen wir einfach hin. Und dann können wir weiterarbeiten. Und so geht es einfach hin. Also unser Text, unser Bild ist da. Und Sie können einfach zum Beispiel das hier zumachen. Zum Beispiel zumachen. Und dann können Sie einfach losreden. Also ich mache hier auch aus. Ja. Also wir lassen einfach so. Und dann können wir einfach weitere Sachen zum Beispiel anfügen. Zum Beispiel können wir nochmal eine Ebene nochmal anfügen. Und schreiben wir zum Beispiel nochmal ein Text drauf. Zum Beispiel. Und dann können Sie zum Beispiel nochmal den Text richtig bearbeiten. Also die Schriftgröße können Sie zum Beispiel größer machen. Die Schriftgröße können Sie einfach hier einfach hier ändern. Und Sie können auch die Möglichkeit, Sie haben auch die Möglichkeit, mit dem Ding hier zu arbeiten. Also, ups, wir sollten erstmal auf die Ebene gehen. Und dann die Ebene, also das Alpha-Kanal. Und dann können Sie einfach so machen. Und dann können Sie auch weiter. Zum Beispiel hier. Zum Beispiel hier. Bewegungsschärfe. Einfach drücken. Und dann können Sie einfach. Ja. 30 machen. Und dann haben Sie einfach so einen Text. Und Sie haben auch die Möglichkeit, Ihr Text einfach so anzufärben, wie Sie wollen. Also, wenn Sie sehen, wie Sie sehen, wie man abfärben kann, anfärben kann. Und wenn Sie fertig sind, dann drücken Sie auch OK. Und Sie haben auch die Möglichkeit, einfach Ihr Text hier einfach aufzuhellen. Oder zu verdunkeln. Oder Bildschirm und 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 abzuwählen. Und die Deckkraft können Sie auch damit hier ein bisschen anstellen. Also, und immer, ups, Entschuldigung. Und immer wieder könnten Sie einfach hier, ja, bearbeiten, wie Sie wollen. Und die Deckkraft können Sie auch ein bisschen größer machen. Sie sehen schon. Und damit können Sie auch nochmal ein bisschen Dekoration, die Rinde abschrecken, damit man besser sehen kann. Und, ja, Sie haben auch die Möglichkeit, nochmal zum Beispiel zu verschieben, zu verformen. Und einfach auch mit der Bumme einfach zu arbeiten. Und Sie sehen schon. Also, tiefer. Und dann drücken Sie einfach auf OK. Und dann wird es einfach so. Und ich freue mich, das nächste Video, die wir mit euch teilen.